Die Firma Greenmaster in Dierdorf-Montada. Guten Tag. Seit 1993 verwirklichen wir Gartenträume für unsere Kunden. Der erste Schritt auf diesem Weg ist eine Terminvereinbarung mit uns. Ja, vielen Dank Frau Hofmann. Tschüss. Bei unserem ersten Treffen gewinnen wir einen Eindruck von Ihrem Grundstück und sprechen mit Ihnen über Ihre Wünsche und Vorstellungen. So ein Pool, ein Whirlpool, guten Sichtschutz in irgendeiner Form. Mit unseren Notizen und den gemessenen Daten im Gepäck geht es nun zur Ideenfindung für Ihren zukünftigen Garten. Okay. Wir haben das Holz hier oben, da im Pool, wir hatten Holz hier. Bei der Konzeption geht es nicht nur um die Berücksichtigung der Grundstückseigenheiten und die Unterbringung der gewünschten Ausstattungsmerkmale, vielmehr geht es darum, Ihren Garten mit kreativen Ideen eine individuelle Note zu verleihen. Ja, sondern wir versuchen mit diesen höheren Pflanzen auch wieder die Achsen aufzunehmen. Ja. Also so. Genau. Grob gesehen. Ja. So vergesteuert mich ganz gut aus. Nun entstehen aus den Skizzen eine Reinzeichnung und verschiedene 3D-Ansichten, um Ihnen eine möglichst gute Vorstellung von Ihrem zukünftigen Garten zu geben. So, da zeigen wir mal die Pläne. Ich drehe es jetzt so. Oh, das sieht aber toll aus. Super. Aus unserer Idee ist dann heute noch entstanden, einen Ruhebereich hier unten einzubringen in der Nähe vom Pool. Super. Ja, dass man sich da nochmal zurückziehen kann, wenn es auch mal ein bisschen regnet. Damit Sie einen besseren Eindruck von den vorgeschlagenen Elementen bekommen, greifen wir gerne auf das empfehlenswerte Buch Traumgarten-Konzepte von Bernd Franzen zurück. Okay. So könnte es aussehen. Hier wäre der Pool. Haben Ihnen die Pläne gefallen, geht es bei unserem nächsten Treffen um die Auswahl der Pflanzen und Materialien. Der Basalt, damit Sie es einfach mal sehen, der würde so aussehen, wo halt auch die Stufenanlage, die wir eben besprochen haben, also auch mitgestaltet werden. Okay. Ja, da würde man die Stufenanlage aus diesem 80er-Stift machen, aus diesem Basalt. Dann stellt sich nur noch die Frage, wann können Sie denn anfangen? Erdarbeiten, Pflanzarbeiten, Arbeiten aus Natur und Betonstein, Holzarbeiten, Teich- und Poolgestaltung sind nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Angebot. Wir freuen uns. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Von der umfassenden Beratung über die kreative Planung, die hochwertige Ausführung bis hin zur fachgerechten Gartenpflege erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand. Ein Garten von Greenmaster. Ein Stück Lebensqualität. Nun laden wir Sie zu einem virtuellen Gartenrundgang auf unserer Homepage ein.